Musik Voll normal, dass um 21.15 Uhr irgendwelche Leute an der Tür klingeln. Das ist eigentlich immer so. Oh, das ist der Pizza-Bode. Oh, leih. Wartet mal ganz kurz. So. Da sind wir wieder. Sonne ist auch schon aufgegangen. Ähm, so ist es, bringen wir auf ein Blätterjahr. Denn es kommt auch wieder im Hintergrund, der Gott, habe ich keine, keine Blätter mehr, als kann ich eh nach unten gehen. Schubdiwub. Wenn ich jetzt sterbe, ohne Witz. Na, okay. Ja, wir sind ja echt zu schön gewesen, um auch zu sein, wenn ich ehrlich bin. So ein Tod ist schon was Tolles. Tolle Tod. So. Alles klar. Oh, rat mal, wer vor der Zürich stand, 10 Jugendlichen. Echt jetzt. Ja. Naja. Das sind meine Füße, will ich schon schön kühl. Ist das auch so toll, so unangekündigt, weißt du? Ich hasse sowas, Alter. Ich hasse so die Pels. Weißt du, weißt du, ich denk's, es klingt als hüri. Ich sag's dir meiner Mutter so. Ich geh, ich geh hin. Meine Mutter. Nee, ihr geht ja jetzt hin, gell. Alter, ich weiß, wer das ist, gell. So, ja dann. Geh so ran. So. Ja, hey Dennis, ich bin's, Alex. So, Alter, ich hab doch SMS geschrieben. Kannst du nicht mitgehen? Oder welch? Ja, ja, der auch, Alter. 10, 10 Leute, dann kommen mit ein paar Mopeds und so. Ach, ich hab doch irgendwie Bock, jetzt mitzugehen. Ah, okay, jetzt warte. Zumindest bin ich jetzt wach, wenn meine Füße arschkalt sind. Also, muss ich halt nachher noch ein bisschen meine Mutter anbetteln. Die können wir morgen Abend aufnehmen. Dann penne ich da einfach den ganzen Tag. Warte mal. Dennis, kannst du mir, warte mal kurz. Obst du das? Kannst du mir, weil mein Zeug gleich geben, was du vorher aufgesammelt hast. Also, also diese ganze Rüstung und das Zeug. Dennis? Ich kenne euch an dem Arm gerade da. Oder so. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ja. Wie sieht das aus? Na, ich glaube, das ist ein bisschen doof mit dem Ast hier. Das ist ein bisschen arg scheiße. Da eigentlich, dass hier so die Begrenzung sein sollte. Ja. Hm. Dann mach ich mal das hier, glaube ich, nochmal weg. Ja, das kann ich mir trotzdem kurz meine Axt geben. Okay. So, jetzt haben wir unsere Axt wieder. Jetzt schauen wir gleich mal. Jetzt machen wir mal kurz den Ast hier weg. Na gut, Ast kann man sich ja nicht mehr nennen. Disconnected? Ich bin disconnected? Nee. Wer ist denn disconnected? Hä? Alter, Leute. Was ist denn jetzt gerade los hier, Alter? Was ist denn jetzt gerade los? Da geht noch alles. Da geht auch noch alles. Keine Ahnung, was ist gerade los. Irgendwas mit TeamSpeak. Ja, haben wir. Egal, wir wollen erst mal jetzt das Ding hier wieder. Weil es so wunderschön geworden ist eigentlich. Ähm, ja. Ich weiß, ich glaube, ich glaube, enden dann auch bald die Aufnahme einfach. Dann ist ja eine Marge jetzt eh da ist und irgendwie eh gerade nicht bei der Sache sind. Ich stelle es jetzt eh noch weg, oder was auch immer. Dann. Ja. Also Holz hier weg. Das hier weg, das hier weg, das hier weg, das hier weg. Na, da ist das Eck hier auch weg. Wir sind doof. So. Und jetzt sollten wir hier am besten rübergehen. Das Problem ist halt einfach, dass wir jetzt hier, glaube ich, schon viel zu weit, also viel, 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 viel zu weit rübergebaut haben. Warte mal, angenommen, bis hier ist jetzt auch noch Holz. Angenommen, wir würden jetzt hier noch ein bisschen rüber bauen. So. 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 Dann wird es hier noch so ein bisschen hoch. Na, wir sind ja jetzt eigentlich schon ganz außen, ne. Wir könnten am besten, wir können auch sagen, wir machen noch einen hier so rüber. Ja, aber ein bisschen hoch. Das war nochmal weg. Entschuldigung, was ist mit dem Team 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 ein kollege angeschrieben hat er auch im teamspeak oder war aber auch raus geschmissen wurde weil ich mir gerade gewundert habe warum bin ich irgendwie geteilt habe oder die gedisconnected wurde oder was auch immer durch hammer haben wir genial problem ist halt echt hier ein bisschen dass man einfach naja das ist würde einfach alles viel zu eckig hier und sollte das echt mehr so bauen ja das ist ja noch ein bisschen so am besten so das problem irgendwie war es ein bisschen falsch gebaut hier kann das sein ich komme jetzt da hoch hier lang hier lang hier lang und dann da drauf und da drauf weiter und dann da drauf und exklusen immer doch vor mit ihm ja mein mutter mit dem vortrag okay es heißt du gehst noch weg oder nicht okay da warst du die gute mehr wird im selbarm schon cool eigentlich hey ich baue gerade voll den ranz zusammen was ist das eigentlich jetzt hier von ich glaube ich bin gerade irgendwie ein bisschen dekonzentriert kann man das doch sagen dekonzentriert da bin ich nicht konzentriert gerade glaube ich okay sie kam noch mal und ja vorträge kennst denn es verschlaufen schon wieder die weischt sagt sie zu mir ja sie hätte eigentlich nicht gewollt sie hätte eigentlich gesagt dass ich heute nicht weg darf und so und ich so ja okay ich hab dich gerade das ganze mal gefragt hat sie erst gesagt ja okay gell und dann so nach zwei minuten hat sie ihre meinung wieder schlagartig geändert ne du gehst nicht weg weißt du wie so ein gespalten der persönlichkeit alter wie gollum ja er hat auch immer so schatz ja egal ihr wisst es ihr wisst es schweig du na ok der schänder aka max urna gehst du jetzt weg oder gehst du nicht weg ja ich geh nachher noch zu ihm ja weiß nicht wollen wir dann die aufnahme beenden oder oder äh keine ahnung wie viel haben wir denn jetzt weil ich würde sagen dass wir dann morgen abend aufnehmen wenn wir beide auch irgendwie ein bisschen redefreudiger sind if you understand what i mean okay alles klar dann würde ich sagen beenden einfach die aufnahme ja aber alles sieht voll krank aus warte mal lass mal ein game mode dslash game mode eins jo game mode has been updated lol da steht es updated also wenn man da von außen noch blätter hin macht okay das ist dann ein bisschen dann sieht das gut aus ich würde es halt komplett einmal jetzt von innen so aushöhlen und dann würde ich halt nach außenrum blätter hin machen damit es baumiger wirkt dann stell dich mal hier so irgendwie hin dann können wir da gleich mal ich stehe mich auf den pekel na fuck wir müssen ein bisschen weiter nach unten alles im bild wohin denn warte ja die seite bis mal darüber noch ja ja stell ich mal neben mich einfach dann wäschen auf die linke seite von mir ja genau ja und screen shot sehr gut sie hat aktuell noch ein bisschen doof aus aber wenn dann nachher die jahre sie da nicht so richtig so das ist ein bisschen von innen wir machen seit er gerade nur von innen ja ja game mode has been updated alles klar ja okay dann ja ich hoffe die ruhige aufnahme war jetzt auch mal was anderes ansonsten bis zum nächsten part bis zum nächsten part und äh ja dann bleibt geschmeidig und haut rein ja genau wie ich in maxa exichten nein okay du schuldigst mir vor allem aufrüstung die du am inventar hast kriegst ein apfel wenn es da leist danke ja das war einfach klar du bist doch auch noch gesprungen extra ja okay na gut ja alles klar okay ne dann wir haben ja keine zäune drin ich geh bald ja das ist extrem gewollt ja okay max jetzt ja warte ich geh kurz nach da oben alles klar ja gut dann bis zum nächsten part und äh ja dann haut rein bis dann tschüss